Hallo liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunger Games. Hunger Games. Ich finde das doch toll, wie David das wiederholt. Damit dabei wieder der David, der Darus LP und der iSthudi, wo auch immer er ist. Der Darus LP ist da. Warte, ich habe ihn gerade noch gesehen. Da springt er. Und der iSthudi ist da hinten. Glaubt, der, der da springt. Da springen zwei. Und er winkt dabei. Ja, genau, das bin ich. Ja, ja. So. Wir rennen, Darus will irgendwas machen und ich renne erstmal hier hinten wieder weg. Und ich guck mal, wo ich dann rauskomme. Und los, geh los, jetzt. Ich muss einfach irgendwie in deine Richtung rennen. Und jetzt weg. Oh shit, oh shit, oh shit. Einfach weg hier. Jetzt bin ich bei den kleinen Häusern, das ist natürlich total doof. Da wollte ich überhaupt nicht hin, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist natürlich nicht so schön jetzt, ne? Aber da kann man sich dran gewöhnen. Und dann findet man alle Kisten. Jede Kiste, die es gibt. Alle Kisten. Hier in den Hunger Games. Hunger Games. Ja, wir spinnen ein bisschen. Ja, das merkt man gerade. Aber wieso komme ich hin? Jetzt ist auch hier total kacke hier. Hier wollte ich hin übrigens. Genau, das war so geplant. Okay. Können wir es glauben oder auch nicht? Ich glaube es dir. Ich bin nicht. Du glaubst es dir selbst nicht? Nein. Ich glaube ihn aber. Da ist ein Schaf. Bei mir nicht. Und der erste ist tot. Jetzt suche ich jetzt mal Kisten. Gibt es in der Wildnis auch Kisten oder nur in den Häusern? Auch in der Wildnis. Versteckt auf den Bäumen meistens. Ich gehe jetzt ja nicht auf den Bäumen, da sieht mich ja jeder. Hier ist ein kleines Haus, dann gehen wir mal da rein. Gucken wir uns mal um, weil wir finden hier eine Kiste, ne? Jetzt gehen wir hier die Wendeltrippe rauf. So, meine Abonnenten sehen, was ich gerade mache. Etwas extrem geiles. Ja, das hast du schon angekündigt. Ja, was extrem geiles. Ich suche Kisten, aber ich finde keine. Ich auch nicht. Ich glaube, die Runde wird fail. Oh ja, die wird sowas von fail. Warum gibt es hier in diesem Gebäude nichts? Ja, aber mir auch nichts. Du hast von wem. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Ich weiß nur nicht wo. So, ich bin sicher, wenn das hier irgendwie nicht spinnen würde, die Schaltung rastet gerade irgendwie aus. Warum müssen hier voll viele? Ist hier weg. Egal. Ist hier weg. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo eine Kiste sein muss. Ich weiß es. Ich botel mich einfach hier hoch in den Baum rein. Oh, ein Apfel. Apfel kommt immer gebrochen. So Leute, ihr seht, was ich gerade hier gemacht habe. Etwas geiles. Hier gibt es nichts, toll. Ey, geil. Ey, da kommt noch mehr raus. Was denn? Ich habe Dispenser gefunden, die zweimal Sachen gespuckt haben. Was? Ich habe eine Redstone-Fackel. Cheater, cheater. Und was willst du damit, mein Junge? Ach, das wurde extra hier so gemacht, damit man sich hier nicht einschließen kann. Okay, auf dem Server. Egal. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder hier raus. Wir sind ein bisschen bewaffnet. Wir sind ein bisschen besser gut bewaffnet. Ich habe vier Setzlinge, ist das auch cool, oder? Ich habe Schwerter. Ich nicht, ich habe nichts, ich habe nicht mal ein Item. BTF? Ich habe Vollbild. Ich habe noch Reile, so. Ich habe halt Vollbild. BTF, wo bin ich denn hier? Wo bist du denn gerade? Oh shit. Beschreib deine Gegend. Das war Holzbrücke. Das war Holzbrücke. Ich sehe Schuze, ich sehe dich. Hier hinten sind Leute, pass auf, hinter dir. Ja, kill den, bring den um, bring den um. Hilf dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. War ich hier noch nie, war ich hier noch nie. David, ich bin hinter dir. Krieg ich die Waffe. Also ich würde sagen, das ist die alte Kirche, die ein bisschen zugewachsen ist hier. Oh, danke. Komm mit. Hast du was zum Essen? Ähm, ein Apfel. Ja, komm mit. Dann ist noch einer. Einmal durch eine Kirche, hier ist ein Altar. Wo bist du? Hier, hier, hier. Ein Altar aus Goldblücken, habt ihr gehört? Aber sonst gibt es hier auch nichts. Muss gerade töten. Bring den oben. Oh, da ist gerade einer geschraubt. Der ist gerade hier vor meinen Augen runtergefallen. Hab noch einen, hab noch einen getötet. Oh, da ist einer runtergefallen, der hat alles dazu dabei gehabt. Perfekt, siehst du. Und noch einer, geil und Diamant, super. Was? Okay. Ich brauch gar keine Ausrüstung, die bringen mir die Ausrüstung, die alle. Die haben gesehen, oh, da ist der Watermoon, der nimmt bestimmt auf, schenken wir uns doch mal was. Ja, ja, bringen wir mal was, genau. Oh, Mann. So, ich hab jetzt also Wittenstiefel, Leder, Hanisch und Lederkappe und ein Holzschwert. Und ich hab ein Steinschwert. Ich auch. Und einen Diamanten. Ich hab aber keine, ich brauch Essen. Ja, wir gehen mal hier in der Tankstelle. Aber das heißt, ich muss gar nicht mehr hoch, weil die sind von oben runtergefallen, das heißt, äh... Die haben alles mitgenommen. Da oben haben sie schon alles geholt. Danke. Ich muss mich bei dem Bett bedanken. Hier war schon jemand. Ja, aber die Kohle hat mich mitgenommen. Das heißt, ich brauch nur einen Diamanten, dann kann ich mir einen Diamanten-Shet craften. Sammel alle Pilze ein, Schutti. Alle Pilze, die wir finden. Wieso, hast du... Ja, ich hab mir Schiffe. Andere Richtung. Sehr geil. Lass hochgehen auf dem Dach. Hm, da gibt's auch was, oder? Ja, da hab ich was gefunden, glaub ich, aber da wurden schon gesnackt. Wo seid ihr denn jetzt? Auf dem Dach. Vielleicht sollen wir uns dann nochmal treffen auf dem Dach. Äh, da bei... Tankstelle. Da ist eine Kiste. Warte, holen wir eben eine Kiste hier auf dem Baum. Ich hoffe, da war noch keiner dran. War doch, die ist schon leer. Schade. Vielleicht haben die beiden das gerade geholt. Irgendwie hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich weiß das. Ich bin bei diesem kleinen Dorf mit den roten Blechern. Weißt du? Ah ja, da sind wir auch in der Nähe. Ja. Also bei den Brickhäusern. Ich seh da hinten einen rumlaufen. Seid ihr das? Nee, wir sind auf dem Dach. Nee, wir sind zwei Stück aus dem... Ja, ich seh... Warte mal, das seht ihr doch, das seht ihr doch da hinten. Ihr seid die Zweite. Ja, auf dem Dach. Habt ihr beide Eisenschwerte oder Holzschwerte? Oder ihr habt beide Eisenschwerte? Steinschwerte. Steinschwerte. Ja, dann seid ihr das da hinten. Ich bin hier hinten auf dem Baum. Oh. Geht wieder zurück. Seht ihr mich? Warte. Nee. Geht wieder auf euer Dach zurück. Okay. Ey, weh. Jetzt hab ich keins... Damit ich... Da ist einer im Wasser da unten. Der jetzt interessiert mich nicht. Ja, da seid ihr. Ihr dabei. Ich bin da hinten auf dem Baum. Guck mal hier rüber. Warte. Welche Seite? Ja, ja. Einfach gerade ausgucken. Da, da, da bist du. Hier bin ich hier hinten. Ich springe. Warte. Hier. Ja, ja. Ach, da. Ich seh dich. Ich hab dich gesehen. Ich komm rüber. Ich komm rüber. Ja, warte. Ich komm dir entgegen. Hast du was zum Essen für mich? Ich hab nur Filze. Perfekt. Soll ich geh mal hier gucken? Das sind Filze. Dass hier keiner kommt? Nee, unten war keiner. Was? Ich hab noch einen Hanisch. Nee, da hinten. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier, du kriegst einen Hanisch. Hast jemand eine Schlüssel? Ähm, ja, ich. Dann gib mir eine Schlüssel. Hier. Hier, Pilze, Pilze, Pilze. Da, 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 da. Ich geb dir weg ab. Moment. Meine Lecks. Ja, eine Schlüssel ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt esse ich jetzt mal selber eine Suppe. Ja, ja, es bist du voll. Ich brauch nichts. Ich brauch dann noch was. Ich brauch eh nur eine. So. Zack, zack, zack. Da hast du schon mal eine neue Suppe. Da hast du noch mehr Pilze dazu. Dankeschön. Füll gleich wieder eine Suppe auf. Ja, ja. Auch wenn du voll bist dann schon, dann kannst du schon mal eine haben. Ja, ich muss eh noch eins essen, damit ich ess voll. Ja, ja. Okay. Ich hab voll alle Eitfische hingekriegt. Das war so geil. Ja, das ist auch sehr auf der Aufnahme. Der andere ist einfach hinterher gejumpt. Ja, ja. Ja, fein. Ja, gib mir mal die Suppe genau. Dann nimm ich dir mit. Ja, da sind die Pilze. Ach so, die Pilze. Ja, ja. So, dann gehen wir in diese Richtung hier. Okay. Das sind cool. Einen Diamanten hätte ich gerne noch. Das wäre cool. Mh, hätten wir ein Diamantschwert. Für mich, du hättest eins. Ja, ich hätte eins. Wir warten halt bis zur Feilung an. 19 Leute leben noch. Wollen wir die Kuh töten? Hm. Aber wir haben eigentlich Pilze, wir brauchen ja gut. Aber ich nehme die trotzdem mal mit. Oh, wollen wir scha... Da unten ist XP? Ach, naja, brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wo hier ein Engel... Wir sind ziemlich weit am Rand. Dann sollen wir vielleicht mal wieder Richtung Mitte gehen oder sowas? Da hinten kommt was. Da hinten kommt was. Da hinten kommt was. Da hinten kommt was. Okay, cool. Renn auf die Zug. Renn auf die Zug. Was hat der? Der hat ein Eisenschwert. Der hat ein Eisenschwert. Geh weg. Ja, und wir sind zu... Komm, wir sind zu dritt. Der hat einen Diamant. Der hat ein Diamant. Komm her, komm her, komm her, komm her. Der hat ein Diamantschwert. WTF, nicht ins Wasser schubsen. Nein! Oh! Der ist denn jetzt neben mir gestorben? Boah, das ist der mit 4903, 38... WTF, 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 WTF. Der ist hinter mir, der ist hinter mir. Hilfe! Der lässt von mir ab. Er lässt von mir ab. Er lässt von mir ab. Er lässt von mir ab. Ich gucke euch zu. Ich bin natürlich... Hat er von dir abgelassen? Weiß ich nicht, ich renne jetzt mal weg. Ne, einer ist hinter dir, einer ist hinter dir. Ja, pass auf, pass auf. Einfach laufen, lauf einfach. Der ist weg, aber red ich nicht um. Ich weiß, dass er weg ist. Ähm, der hat dich ignoriert. Ich gucke von oben, vielleicht kommt hier jemand von links oder rechts. Bei mir, guck mal, schwimmen die übers Wasser? Ne, ne? Ich weiß das nicht, ich weiß, wo du bist. Jetzt guck gerade nur Radar zu. Also, du bist jetzt gleich neben dem Spawn und am Spawn ist niemand. Ich weiß, dass ich am Spawn bin. Ja, aber du bist... Da ist niemand. Das ist ganz gut. Doch, doch, da ist einer, pass auf. Der hat einen goldenen Helm. Einen goldenen Helm ist es nämlich nicht. Warte, warte, ich gucke seine Waffe. Der hat mit diesem zu zweit. Die haben beide nichts. Die machen alle, ähm, die haben... Die machen die Bäume kaputt. Die Blätter. Haben die die Waffe in der Hand? Die haben nichts in der Hand. Das wäre ja Waste. Ich weiß es nicht. Die müssen es halt rauspacken. Ähm, könnte ich dir sagen. Ne, TF. Die machen... Die würden sich wahrscheinlich gerade Essen machen. Oh, da ist ein anderer. Da kommt ein anderer, glaube ich, gerade an. Ja, diesen... Kill, kill den, kill den, kill den, kill den, kill den. Der, nehmt gerade auf. Der guckt jetzt gerade in seinen Tag. Der hat einen Diamant, aber pass auf. Kill den. Hast du ihn? Der ist gleich tot. Kill den Linken, kill den Dr. Chips. Nein. Wieso, der hilft mir doch gerade. Ja. Ich hätte nie was Diamantschel von den einen. Der macht euch trotzdem mal falsch. Der hat, pass auf, der hat 4238 Punkte. Ach, ist das der, der mich gerade töten wollte? Der, das ist der, der mich getötet hat und mich töten wollte. Okay. Ich renne wieder zur Mitte. Da kommt gleich gleich wieder hier die Kissen. Ich habe mich gerade versteckt. Wo bist du gerade, damit ich weiß, wo der Typ ist? Er ist in der Mitte. Okay. Der Typ rennt in der Risto-Langen-Straße. Okay. In der Mitte ist jemand, oder? Ah, da ist noch ein Diamantschel. Nein, die sind ja... Das ist tot. Wir haben zwei Diamantschwerter, die haben beide Diamantschwerter. Wir haben drei Diamantschwerter. What the fuck? Ich schaff das noch irgendwie. Hä? Lol. WTF, ey. Fährt an. Guck mal, der hittet die Sachen mit One-Hit an. Lol. Wie, one-hittet der? Der one-hittet die Gras und es wird despawned und er gespawnt alles. Wo bist du denn, David? WTF, ich bin an einem großen Baum. Und ich campe hier erst mal, bis die Kisten, äh, refresht werden. Danach gehe ich wieder ins Dorf, gehe da in meine Schatzkammer. Warte, ich guck da, ich guck da, ich guck da, du hast ja jetzt 496 Kugel. Oh, der Chips hat den einen erledigt? Der hat hinterher gelockt und hat das Diamantschwerter gekriegt. Nicht schlecht. Oh, jetzt haben drei, am, drei Stück haben jetzt Diamantschwerter. Ja. Vielleicht besser hinterher geraten. Hier habe ich nur so verpurgelt gehabt, den einen mit dem Diamantschwert. Ja, du hättest eher richtig nachrennen sollen, da hättest du noch eine Chance gehabt, ihn zu überleben. Ja, ich dachte mir, es wurde halt dumm, ich dachte, ich gehe hier in die Mitte, vielleicht gehen wir einen Diamanten. Ja, ich weiß, was du meinst. Hätte mein eigenes Diamantschwert gekraftet, weißt du, aber, naja. Ihr müsst mich jetzt irgendwie vorwarnen, ob irgendwer kommt. Ja, das schaffst du eh nicht, du hast ja nicht mal ein Eisenschwert. Ach, ich schaff das noch. Nee. Nee, nee. Die haben alle Diamantscherte, alle. Ja, alle. Alle. Nicht alle. Na doch. Jeder, der noch lebt. Jo, jeder, der noch lebt. Wie viele noch leben denn noch? Ja, die haben alle Diamantscherte, alle. WTF. Bin ich der einzigste Noob jetzt hier? Ja. Sozusagen, ja. Du bist voll OP, also. Wetten, die suchen mich? Ja, okay. Drei haben Diamantscherte und eine hat, ähm, nee, alle haben Diamantscherte. Alles. Nichts ernsthaft? Ja, alle. WTF. GG. Nee, einer hat, einer hat ein Diamantschert. Ist hinter mir jemand? Nee. Ich bin hinter dir. Du kannst einfach in die Mitte und lass dich killen, das ist am einfachsten. Nein, ich hab noch eine Chance. Eine Chance. Du könntest dir einen Diamant oben von der Kirche holen, dann müsstest du jetzt wieder ein neuer Diamant sein, ne? Die sind zu dritt in der Mitte. Die sind in der Mitte? Ja, klar sind die in der Mitte, du hast keine Chance in der Mitte. Aber, äh, aber die sind zwei gegen einen mit Diamantschwert. Zwei Diamantschwert gegen einen mit Diamantschwert. Krummle ich dich? Ja. Dr. Chips vs. Bist du gerade hinter mir? Ich. Nee. Ja. Guck mal hier, was ich hier aufgemacht hab, ne? Geil, ne? Ja, ja, nicht schlecht. Was gibt's hier unten? Da ist nur Müll drinne. Und jetzt? People watch me, they think I'm crazy. Ach, die, 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 die Repeater werden nicht, die Dinger da oben werden nicht neu gefüllt. Schade. Ach, schade. Wieso? Oh. Der eine ist gleich tot, der Dr. Chips. Ja, der ist auch eine gegen zwei, was soll er machen? Das ist ein 5-Digital-Code-Door. Es hat 5-Digital-Code-Door. Ja, gut. Der hatte doch, der hatte doch einen Diamant. Ja klar, von mir. Ne? Ja, ne Kettenweste. Ne, ne, ein Eisenschwert hat der ja noch. Weiß mal, hat der eigentlich so viele Diamanten, machen sich wahrscheinlich gleich Diamantschuhe oder so was? Ja, Diamant-Helm und ne Schuhe, ja. Wer ist gestorben? Du nicht. Zehn Leute und jeder davon hat ein Dinger-Schwert oder wie? Fast jeder, fast jeder. Ja. Okay. Aber jetzt hat es sogar zwei weniger, weil, ähm, der eine wird gekillt. Dafür hat der eine jetzt zwei Dinger-Schwerter, der macht jetzt beidhändig. Warte, warte. Okay, der eine. Sollst du mal in die Mitte campen, sollst du mal in die Mitte gehen? Mach mal. Wie viele sind da? Genug, das schaffst du nicht. Zwei oder einer in die Mitte? Zwei. Geh einfach hin, Brügel die, komm. Geh, Mann. Das, das. Ja, das ist versucht. Ich kann auch weit gucken, weil in der Mitte ist kein Gras mehr, die haben alles umgehauen. Geh doch dahin, wo drei, vier Chests sind. In der Mitte ist jetzt einer mit Holzschwert, den kannst du umbringen. Los, bring den um, bring den um, bring den um. Ich weiß, wo ich nichts ohnehin bin. Ja, wir wollen. Es gibt Punkte, nächstes. Guck dir zu, wie viele Punkte du jetzt hast. Leider hat er ja auch nur Scheiße gehabt, wahrscheinlich, ne? Hm. Ist noch irgendwo jemand? Du hast jetzt vielleicht einen Punkt, der doch hinter dir. Warte. Warte, guck mal in die Chests, ob da was drin ist. Das hat doch der andere gerade schon gemacht, denke ich, dass wir irgendwas gegenlassen haben. Ich bin oben, über dir. Guck mal, was ich habe. Warte. Was hast du mit dem Eisenschwert? Also die beiden craften sich gerade irgendwas. Wo sind die? Ja, die sind irgendwie. Wir haben einen Grafling-Tabell ganz außerhalb, ganz draußen unter der Straße, ganz weit weg. Ja, also von dir aus, äh, links geradeaus. Also jetzt geradeaus von dir sind die alle. Ich brauche Eisen, einfach nur Eisen. Sind da doch was in den Chests? Ja, ich schaue ja. Die haben beide Full-Eisenrüstung, ne? Die haben beide Full-Eisenrüstung und ein Diamantschwert. Jo, das schaffst du eh nicht. Einfach, einfach hoffen. Einfach für mich beten. Also, äh, da brauchst du schon einen guten Schutzengel, dass du das gewinnst. Hast du gerade einen umgebracht? Ne, da hast du einen Hatter an den umgebracht. Mit einem Holzschwert. Naja. WTF? Ne, FPS. Der eine versteckt sich irgendwo ganz oben. Ich glaube, das kann auch dauernd mit euch hier. Texture-Pack, ähm, wenn man Texture-Pack auf die Full-Shield hat, naja, kann keinem FPS-Einbruch mehr, oder? Wer weiß das schon. Der FPS-Einbruch ist ein guter jemand, oder? Ah, ne, das sind wir, die Spectator. Wo muss ich hin, um zu denen zu rennen? Zu wen denn? Zu den Leuten. Ich möchte das jetzt aufs Ganze anlegen. Dann warte doch einfach in der Mitte, die kommen doch bestimmt gleich wieder dahin. Oh, das ist auch schon mittlerweile, warum ist es schon ein? Hm, wo sind die? Aber nur Steinschwert? Ja. Warte, die kommen gerade in der Mitte und holen dich jetzt. Ne, wo sind die? Jo, jo, hinter dir. Hinter dir. Schichtbar. Komm, gleich kriegst ja einen davon. Und, und, und. Ah, ich habe auch bei, ich habe einen viel Schaden gemacht. Hättest du locker gewonnen. Hättest du halt fast geschafft, ey, hey. Oh, girl. Naja. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.